Ahoy Pyrus, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975. Heute Teil 3 vom Mixed Rocket Launcher. Die ersten beiden Teile kamen ja super gut bei euch an. Und wir haben wieder eine wunderschöne Mischung aus Premium-Raketen. Einen richtig dicken Blumenstrauß, wie man so schön sagt, wenn man so viele Raketen auf einem Haufen hat. Ihr seht schon, es sind wirklich jede Menge Raketen. Alles wieder nur die feinste Premium-Auswahl. Ich sehe hier schon die Röder-Raketen. Dann haben wir aus dem Bang & Sound von Niko die Bang-Rakete. Dann haben wir hier noch so eine richtig fette Niko-Rakete. Dann eine kubische Kanonschlag-Rakete von Pyruland. Die sind auch immer sehr gut gewesen bisher. Dann haben wir noch Brokat Bunt aus dem, ich weiß gerade gar nicht aus welchem Set das ist. Himmelsstürmer müsste das sein von Funke. Dann Explode-Raketen, Geiger-Raketen, ja nochmal eine Zink-Rakete. Ich glaube in jedem Teil ist es fast eine Zink-Rakete. Wobei, in fünf Teilen ist eine Zink-Rakete drin. Dann haben wir hier so eine gelbe Neon-Kappe. Ich meine, es müsste Jorke sein, genau. Jorke-Ring-Rakete. Also ihr seht schon wieder Premium-Raketen, verschiedenste Effekte. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, Freunde, bei der Zündung. Lasst uns dieses Jahr die Vorfreude ins Unermessliche treiben. Los geht's! So, dritter Teil, wir fangen an. Bang, Pink. Supergeile Rakete. Brokat, blau? Ne, Brokat Bunt. Funke. Wunderschön. Er, Dahlia, Nico. Silberflokken, Gelb. Steht unglaublich lang. Silberflokken, Gold, Blue. Wow, wunderschön. Double-Ring. Und Corolla-Rot-Blinker. Und Corolla-Rot-Blinker. Wunder, wunderschön. So, jetzt kommen die letzten rein und dann geht's weiter. Sternen-Rakete, blau. Steht auch sehr lang. Gemini, Doppelschlag, Tuplex, Polyp. Top-Ten und Series-Rot-Blinker. Top-Ten, sehr, sehr schön. Brüder Royal, Gold, Blau und E. Schönen Dreier. Sehr geil. Boah, wunderwunderschön. Voll mit dem Mond. Kommt das richtig sehr schön. X-105. Kommt sogar sehr schön. Hydra-Rakete. Und Argento noch. So, und jetzt haben wir das Finale. Machen wir hier die drei auf Schlag. Das war doch ein gelungener Abschluss, Freunde. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video.